hallo und willkommen zu großartigen neuigkeiten für die playstation wie ich erfahren habe oder gehört habe kommt discord auf playstation es wird für die ps4 und die ps5 erscheinen und wird uns somit die möglichkeit geben vor allem was crossplay games anbelangt mit der pc spieler ganz einfach in kontakt zu bleiben oder auch zu sein und ja das sind super neuigkeiten da immer mehr games crossplay sind und dieses update mit discord soll gerüchteweise schon ende januar kommen gesagt das sind bisher nur gerüchte aber discord kommt für playstation es wäre super wenn das schon ende januar wäre falls es ein bisschen länger dauert sollte mich das persönlich nicht stören aber dass es überhaupt kommt wäre ein riesen vorteil und ein riesen fortschritt was das gaming vor allem im crossplay sektor anbelangt und denke dass die meisten dem einfach zustimmen würden bin ganz gespannt hoffe dass ich nicht allzu viel zeit lassen was denkt ihr darüber und brauchen wir so eine app oder nicht mein statement kennt ihr falls euch gefallen hat lasst ein like da oder ein abo und wünsche euch viel spaß bis zum nächsten mal ciao ciao